Kurze Ankündigung, bevor das Video losgeht. Morgen geht's weiter mit der Rot-Weiß-Essen-Karriere. Morgens oder abends, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein STG-Showdown, eine Karriere-Folge, das Ganze morgen auf dem Sonntag. Doppel-Upload. Und wer gestern die nächste oder letzte Folge Rot-Weiß-Essen verpasst hat, kann das sehr, sehr gerne über die Infokarte nachholen. Und damit auch Servus Leute, Christus am Start und herzlich willkommen zu einer weiteren Sprint to Glory hier auf meinem Kanal. Die zweite in FIFA 23. Nach München sind wir jetzt in Dortmund und wollen den BVB natürlich zum Champions-League-Sieg bringen. Ob uns das Ganze gelungen ist, sehen wir jetzt natürlich im Anschluss. Es muss uns ja irgendwo irgendwann gelungen sein, denn spätestens dann endet natürlich das Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Weitere Teamvorschläge für STGs, bitte lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne kostenlos. Ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen da, die Facecam verschwindet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Hier gehen wir dann also rein in die Karriere und diesmal das tatsächlich erste Mal mit einem realen Trainer. Und das ist in dem Fall Edin Terzic. Das ist zugleich auch der einzige aus der Bundesliga. Von der zweiten Liga gibt es gar keinen. Also ich habe echt keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wählen wir natürlich den offiziellen Dortmund-Trainer aus. Gehen dann auch auf die nächste Stufe und haben dann hier natürlich die Vereinsinfo gegründet. 1909, rechts sehen wir die Vorstandserwartungen. Aber wir wollen natürlich rein. Wir gehen mit dieser Mannschaft, mit dem BVB, mit einigen Neuzugängen, gerade auch in Bezug zur Realität. Wir probieren das Ganze gerne mal auf Ultimativ. Nationalmannschaft möchte ich nicht. Und dann gehen wir auch schon rein. Ich bin extrem gehypt. Die zweite SDG für mich in FIFA 23. Und nach der Trainervorstellung ist tatsächlich jetzt dann auch im Umkehrschluss vor dem Vorbereitungsturnier. Und dann nehmen wir direkt, ohne dass wir die anderen großartig durchschauen, das mit dem meisten möglichen Preisgeld. Bis zu 5 Millionen. Und dann sind wir auch schon angekommen. In der Zentrale hier beim BVB mit unter anderem Neuzugang Nico Schlotterbeck. Hier sagt FIFA 59 Millionen. Das ist ein bisschen viel. Aber auf jeden Fall will ich diese Mannschaft ändern. Ja, mit meinem absoluten Lieblingsspieler vom FC, Salih Özcan. Er ist leider zum BVB gewechselt. Leider natürlich aus Sicht eines FC-Fans. Dann haben wir vorne drin Antony Modest. Es ist keine schlechte Mannschaft. Aber ich glaube trotzdem, dass es Änderungen bedarf, wenn man wirklich ganz, ganz oben mitspielen möchte. Ganz oben in der Bundesliga werden wir zwangsläufig landen. Denn wir sind eine der mitbesten Mannschaften natürlich in der Bundesliga. Aber gerade auf internationaler Ebene sollte man schon schauen, dass man mit so einer 85 plus reingeht. Ich finde Süle stark. Hummels für das eine Jahr wird es sicherlich auch noch tun. Schlotterbeck hat auch ein Top-Potenzial. Kobel ganz genauso. Dann haben wir Jude Bellingham neben der Formationsänderung mit Guerreiro auf der 8, der mal wieder per Positioning-Change plus 5 nach oben gehen würde. Stand jetzt auch noch Julian Brandt im linken Mittelfeld. Torgan Hazard auf der rechten Seite. Marco Reus als Kapitän. Undenkbar eigentlich, dass der mal draußen ist auf der 10. Und vorne ist Sebastian Allaire. An der Stelle nochmal gute Besserung natürlich hier. Und noch hier Doniel Mahlen. Das ist in Ordnung, aber trotzdem darf ein bisschen was auf dem Transfermarkt passieren. Und da werde ich mich ransetzen. Zum einen natürlich was Abgänge betrifft, aber auch was Neuzugänge betrifft. Denn ich darf gerne ein paar Spieler ausleihen. Gerade wie Baino Gittens oder natürlich auch Moukoko, die ein Weltklasse-Potenzial haben. Und genauso im Gegenzug müssen natürlich Neuzugänge her. Dafür haben wir hoffentlich ein bisschen Geld auf dem Konto. Ich weiß es selber noch nicht zu 100%. Es sind aber knappe 82 Millionen. Und das liest sich doch eigentlich mal ganz gut. Genauso die Wunschliste potenzieller Neuzugänge. Hier, Viktor Orsimien, dann aber Gakpo, Biulisic als mögliche Rückholaktion. Und Thomas Lemar. Der hat tatsächlich einen auslaufenden Vertrag. Und ich hätte extrem großes Interesse. Gerade weil ich auch glaube, dass er durch einen Positions-Change auch in nächste Schritte gehen könnte in Sachen Rating. Aber trotzdem natürlich hier für die Zukunft sind die 23-Jährigen jeweils schon dann auch besser. Aber hier könnte man absolute Schnäppchen machen. Ich werde mich auf jeden Fall dransetzen. Ich werde versuchen, so viel wie möglich Neuzugänge zu holen. Gleichzeitig im Gegenzug natürlich auch einige Spieler zu verkaufen. Und für euch gibt es jetzt gleich, wie gewohnt, traditionell in einer SDG den kompletten Überblick. Wir mussten uns wappnen und auch verbessern für die jetzt anstehende Champions League. In der Gruppenphase treffen wir auf Kopenhagen, auf den FC Sevilla und zu guter Letzt natürlich auf Manchester City, die realitätsgetreue Gruppe. Es ist ein bisschen was passiert. Vorher allerdings würde ich euch, was würde ich euch denn erster zeigen? Ich glaube, die Neuzugänge. Und die sehen wir hier. Thomas Lemar kam für 33 Millionen geplant als neuer Zehner. Gleich dazu mehr. Christian Pulisic, 52 Millionen, kam hier tatsächlich zurück. Ja, vom BVB ursprünglicher zu Chelsea. Jetzt also wieder back in Dortmund. 65 überweisen wir dem FC Napoli hier. Oder Napoli FC in dem Fall, glaube ich, jetzt mittlerweile hier in FIFA 23 für Victor Orsimian. Und dann habe ich hier noch Cody Gakpo für 57 Millionen verpflichtet. Alle sind natürlich in der Startelf, die dann mittlerweile auch wie folgt aussieht, kann sich wirklich sehen lassen. Das ist eine richtig geile Truppe. Auch wenn der Saisonstart nicht ganz so gut war. Wenn wir denn nochmal drauf blicken, haben wir drei Unentschieden gegen Mainz, Augsburg und Köln, wo man eigentlich schon alles gewinnen könnte, wo man zumindest überall als ganz klarer Favorit mit reingeht. Und das Supercup-Finale gegen Bayern haben wir ganz knapp 2-1 verloren. Aber da waren wir auch noch mitten im Umbruch. Genau, alle Abgänge will ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Genau, da habe ich es jetzt noch nicht gefunden gehabt. Hier haben wir einmal Koulibaly verliehen, dann haben wir Reus hergegeben, Beno Gittens haben wir verliehen, Hassar ist gegangen, Brandt genauso, Rotte haben wir verliehen, Adejevi genauso, Gürpels auch, Pastak ist verkauft, Schulz auch, Mönje und ich glaube, das war es. Also es war dann eine verhältnismäßig doch sehr große Transferphase, die aber mittlerweile eine deutliche Leistungssteigerung dann wirklich die Auswirkungen aufs Gesamtrating unserer Mannschaft mitgebracht hat. Positioning, James, auch von Guerrero und so, werden demnächst dann über die Bühne gehen. Ja, und dann bin ich mal sehr gespannt. Dreifach-Belastung und ich glaube, mit uns muss man rechnen, aber wir müssen halt die wichtigen Spiele, gerade die, wo wir der Favorit sind, ununterbrochen eigentlich gewinnen. Es wurde deutlich besser, das zeigt der Monat Dezember jetzt hier auch schon. Wir blicken natürlich mal traditionell, wie es sich für eine SDG gehört, zurück im Kalender. Die ersten Spiele 2-0 gewonnen im Pokal, also in der Champions League meine ich eher gegen Kopenhagen, unentschieden gegen Sevilla. Dann haben wir hier, ja, verloren knapp gegen City, das Rückspiel unentschieden, leider auch nur 0-0 gegen Kopenhagen. Dann gab es aber nochmal einen Sieg über den FC Sevilla und das müsste normalerweise jetzt so nach meiner Einschätzung gereicht haben. Wir gucken ganz kurz alle Tabellen durch. In der Bundesliga sind wir nur Fünfter. Ich meine, ja gut, Leverkusen wird schwer, die haben noch kein einziges Spiel verloren, aber die Champions League sollte schon unser Gratmesser sein. Naja, gut, was nicht ist, kann auch werden, denn hinter uns haben wir dann ewig Rückstand. Also es könnte natürlich der ganz bittere fünfte Platz werden, was wir nicht hoffen wollen. Im Pokal sind wir noch dabei, treffen auch RB Leipzig, haben davor gewonnen gegen, hier unten gegen Leverkusen, den aktuellen Tabellenführer und damit für die Bergself national zumindest, die erste Niederlage herbeigeführt und davor noch gegen Bochum. In der Champions League sind wir noch mit dabei und das als Gruppenzweiter. Wenn es auch unfassbar eng war, treffen wir auf Olympique Marseille und das ist, würde ich sagen, schon ein durchaus machbares Los für uns. Hier sind wir dann also im Signal Iduna Park gegen Olympique Marseille, gehen wir rein und danach, oh mein Gott, sehe ich jetzt gerade erst, was Gagpo, Osimien und Pulisic für riesen Schritte nach vorne gemacht haben. Wenn wir nächstes Jahr vielleicht Hummels ersetzen, Guerreiro können wir außen vor lassen und eventuell auch Haller plus Le Mar, wenn der nicht den nächsten Schritt geht, dann hätten wir, glaube ich, nächstes Jahr schon mit ein bisschen Glück und nicht mal so viel Glück, weil ich glaube, wir können das auch locker so hinbekommen, eine 85 plus. Jetzt aber erstmal hier in der Gegenwart gibt es ein 3-1 im Hinspiel über Marseille, Gagpo mit der Führung, dann haben wir hier Pulisic mit dem 2-0 und auch mit dem 3-0. Origi lediglich beim 3-1. Anschlusstreffer und somit nur mit Ergebniskosmetik. Ihr seht oben unser Manager-Rating, es geht langsam in den orangenen Bereich. Ich weiß nicht, was das genau zu bedeuten hat. Aber naja, wir gehen jetzt erstmal hier volle Konzentration in die Champions League. Das Velodrome bei Marseille. Und was ist hier? Ich habe nicht genügend Spieler. Was? Du gehst mit einer unvollständigen Bank in die Partie? Ja, okay. Von mir aus. Das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein und wir werden nicht bestraft. Suárez und Allerz sind die Torschützen. Wir sind im Viertelfinale. Das Rating wird immer schlechter und es steht ein Kracher vor der Tür. Real Madrid, das Ganze ohne Emre Can, der mittlerweile deutlich besser ist als Mats Hummels, was wir jetzt erst absolut verspätet gemerkt haben, beziehungsweise ich. Allerz fehlt leider auch. Naja, gut, wir sind halt dann ein bisschen gebeutelt und nicht in Bestbesetzung. Und gewinnt trotzdem mit 3-1. Pulisic Führung, dann Rodrigo, dann nochmal Pulisic und Ossimien. Das ist ein Weltklasse-Ergebnis und absolut pure Effizienz hier. Jetzt gewinnen wir auch 3-0 in Leverkusen gegen Schalke. Davor gab es leider nur ein Unentschieden im Derby. Da hatte man sich sicherlich auch mehr erhofft. Ja, noch ist es aber nur die halbe Miete. Wenn überhaupt ist Radio Santiago Bernabeu. Ja, verstecken brauchen wir uns nicht. Aber trotzdem, ja gut, Hummels kommt dann rein und halt vielleicht Mahlen. Das sind ja auch keine schlechten Spieler. 3-1 ist gut. Ob es aber reicht? Ja, es reicht. 1-0. Cody Gagpo. Und Guerrero leider verletzungsbedingt dann auch ausgewechselt worden. Ach nein, das ist so bitter. Einer unserer wichtigsten Spieler. Und ich sage zwar so, wenn wir jetzt vielleicht Ajax im Halbfinale bekommen. Ich meine, dürfen wir die zum einen natürlich auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber dann ist das Finale schon greifbar mit dem BVB. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Aber hier gehen wir auf jeden Fall, unabhängig vom Ausgang in der Champions League, in ein noch weiteres Jahr. 6 Monate Schienbeinbruch. Rafael Guerrero. Ja, gut. Aus der Traum wahrscheinlich hier von einer richtig guten Saison. Der fehlt. Mit einer 88 ist das ein brutaler Rückschlag. Es kommt zum direkten deutschen Duell. Das gab es ja schon mal in einem Champions League Finale. Jetzt ist es das Halbfinale. Die Bayern zu Gast. Also im Signal Iduna Park. Canis, Fitt, Haller leider nicht. Und es gibt ein 2-2. Alles in der zweiten Halbzeit. Bjulicic, Müller, Davies, Gagpo. Wir sind noch im Spiel. In der Allianz Arena könnten wir direkt im ersten Anlauf das große Wunder und damit den Einzug ins Champions League Finale feiern. Auswärtssimulationen vielleicht ja noch immer overpowered. Ich weiß es nicht. In unserem Fall hoffen wir das natürlich. Allianz Arena Bayern gegen Dortmund. Yes! Yes! Wir haben es geschafft. 0-0. Ja, über 120 Minuten. Schlotterberg, Bellingham, Adeyemi sehen alle gelb. Vielleicht mussten wir da ein taktisches Foul ziehen. Sonst ausgeglichenes Spiel. Osimien und Farias verschießen und hinten raus von C. Davis. Wir bleiben cool vom Elfmeterpunkt und ziehen im allerersten Anlauf direkt Richtung Champions League Finale durch und gucken natürlich jetzt dann auch gleich am Ende der Saison drauf, wer ist zum einen der Gegner hier und wie läuft es im Pokal und in der Liga. Das will ich selber jetzt auch nochmal außen vor lassen. Deshalb überspringen wir das Ganze hier und sehen uns im Pokalfinale. Im Champions League Finale wartet dann Liverpool. Jetzt schlagen wir noch Hoffenheim. Dann kommt Eissern Union. Das ist hier ein 3-2-Revanche geglückt. Bei das Hinspiel haben wir 2-1 verloren. Mussten wir uns also aufgeben oder mussten wir uns als Verlierer in dem Fall dann halt auch zufrieden geben. In der Tabelle gucken wir dementsprechend ganz kurz nochmal auf den Werdegang im Pokal. Wie gesagt, Bochum war klar, genauso auch Leverkusen. Dann haben wir Leipzig geschlagen und Hoffenheim. Und somit kommt es zum Borussenduell hier in der Bundesliga auf Platz 3. Also, da war gar nicht so viel weg von der möglichen Meisterschaft. Wir haben zu oft unentschieden gespielt, aber die Bayern noch öfter. Platz 3 ist in Ordnung, da können wir absolut damit leben. Und in der Champions League wissen wir unseren Werdegang, aber nicht der unseres Gegners. 7-1 gewinnt Liverpool gegen Leverkusen. Das ist wirklich bemerkenswert. Dann 4-3 gegen Paris und hier 6-2 souverän über Ajax. Ja, ich bin gehypt. Ich freue mich riesig drauf. Und jetzt gehen wir aber erstmal in die Schnellsimulation gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Das Ganze im Olympiastadion. Canis zurück. Haller wird noch fürs Finale auch in der Champions League ausfallen. Genauso wie Guerrero. Und hier gibt es unseren ersten Pflichtspieltitel. Getroffen hat Ossimien. Dann Reze zum 1-1. Dann Bellingham, Bülisic und nochmal Ossimien. Der Typ ist Wahnsinn. Machtdemonstration also hier im Pokalfinale. Und damit geht der erste Port jetzt hier nach Dortmund. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Meisterschaft holen wir uns gerne im zweiten Jahr. Das wird übrigens dann das zweite und zugleich halt eben auch letzte Haller auskuriert. Habt ihr das gerade gesehen? Das zweite und zugleich letzte Jahr wollte ich gerade sagen in dieser STG. Denn wenn wir jetzt gewinnen sollten, dann haben wir ja keinen großen Bedarf überhaupt noch in eine weitere Spielzeit zu gehen. Haller holt doch rechtzeitig fit. Oh, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, Daniel Mahlen ist nicht nur vom Rating besser, sondern auch allgemein jetzt die bessere Wahl. Guerreiro, das tut mir echt ein bisschen weh, dass der Junge nicht zu 100% ist, weil er halt eben so lange noch ausfällt. Aber gut, egal. Das ist unsere Truppe. Kapitän, ja, lassen wir jetzt einfach mal schaden. Völlig egal. Wir gehen rein und wollen natürlich hier gegen Liverpool gewinnen. Das steht außer Frage. Im Atatürk Olympia Study. Ihr kennt es vielleicht von der Bayern-STG. Robertson, Araujo, Gomez, Trent, Fabinho, Henderson, Thiago, Schotter, Nunez, Salah. Und hinten drin hüllte die Bude alle Sonnen. Ultimativ 5 Minuten. Das erste Mal auf Ultimativ. Wir probieren das ganze Thema. Allerdings mit anderen Trikots, denn ich würde gerne in den hier spielen. Also, lassen wir uns überraschen und gehen direkt rein. Hier sind wir dann also angekommen. Das erste Mal auf Ultimativ. Es kribbelt. Ich bin heiß. Ich habe Bock. Ich hoffe, dass es einigermaßen realistisch ist. Wir wissen, beide Abwehrreihen werden vermutlich das eine oder andere zulassen. So kennt man es zumindest jetzt vom neuen FIFA-Teil. Lassen wir uns da einfach mal überraschen, welche Auswirkungen es denn hier sein werden. Erste Möglichkeit, erste Annäherung. Nicht gut genug zu Ende gespielt. Und dann, ja, offenbaren sich da gleich auch solche Lücken. Das könnte ganz, ganz hart auch bestraft werden hier, wenn wir uns da nicht ranhalten. Boah, Cio Reyna, kein Abseits. Und dann ist er drin, dann ist er drin. Sechste Minute. Endlich kommt mal so ein Ball in die Mitte auf Bjulicic. Und was ist das für ein geiler Jubel mit seinem Tattoo. Oh, das ist ja richtig geil gemacht. Pulisic trifft hier im Finale. Hier ist es schön von Marlen. Dann haben wir hier den Ball im richtigen Moment. Kein Abseits. Und dann hat auch der Verteidiger, ich weiß gar nicht, ist es Konaté, gar keine Chance mehr, da noch ranzukommen. Frühe Führung für uns. Boah, jetzt spielen sie uns kurz schwindelig. Und Salah, nicht mit dem 1-1. Oh mein Gott, den habe ich drin gesehen. Jetzt ist der Ball aber wieder auf außen. Da, wo wir uns eigentlich am wohlsten fühlen, dann haben wir hier eigentlich Viktor Ossimien. Aber dann auch zu viele Verteidiger. Oh, 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 oh. Und dann Frustvau. Das ist unnötig und gibt völlig zu Recht die rote Karte. Ach nein. Da muss ich mir selber an den Kopf schlagen und sagen, wie blöd will man sein. Chris, ja. Ja, okay. Ich wollte noch irgendwie an den Ball. Ich habe den Spieler völlig ausgeblendet. Aber es ist völlig zu Recht auch eine rote Karte. Da kann man auch gar keine andere Argumentation dafür finden. Weder, dass es noch jung in der Partie ist oder sonstige andere Dinge. Nein, es ist nur in die Beine, nur in den Mann und völlig zu Recht eine rote Karte. So blöd kann man gar nicht sein. Cody Gakpo jetzt mal in der eigenen Hälfte. Und dann hätte man theoretisch die Möglichkeit, auch hier eine kleine Überzahl aufzubauen. Konaté verschätzt sich da ein bisschen und dann klingelt es um 2-0. 37. Minute. Eine Vorentscheidung ist das noch lange nicht. Aber es sieht ganz gut aus. In Sachen Kontern sind wir immer gefährlich. Wenn so kleine Nadelstiche setzen, was macht denn da Konaté? Der greift gar nicht an. Ich habe keine Ahnung, was das sein Plan war. Auf jeden Fall unsere Defensive steht. Can, Schlotterbeck, Süle bisher ganz gut. Wenn auch mit dem nötigen Glück. Denn oftmals ist es wirklich die letzte Aktion. Wenn die dann nicht erfolgreich wäre, würde es hier mit Sicherheit schon klingen. Aber hier, ihr seht es immer wieder. Wir sind da. Das gefällt mir auch. Aber das kann natürlich auch noch ganz schnell kippen. Jetzt haben wir die nächste Konterschance. Liverpool ist komplett von der Rolle. Und Gakpo macht das 3-0. Das ist hier der absolute Wahnsinn. Liverpool rückt brutal auf. Es ist wirklich extrem. Habe ich selten gesehen sowas. Und deshalb entstehen diese Lücken hier. Raucho und Konaté, die sind völlig von der Rolle. Das ist die nächste Chance. Und dann der Abweiler. 4-0. 4-0. 45 plus 1. Alisson darf es einmal auszeichnen. Ja, und dann ist halt Gakpo wieder da. Cody Gakpo. 4-0 zur Pause. Wir spielen wohlbemerkt auf Ultimativ. Ich hoffe, die patchen das demnächst noch. Weil es ist extrem einfach, Chancen zu kreieren. Genauso aber auch Gegentore zu kassieren. Das ist jetzt hier vielleicht eine Ausnahme. Aber ich habe auch schon Spiele 8-5 verloren oder so. Ja, kann so eigentlich nicht weitergehen. Schon gar nicht in Unterzahl. Gut, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Liverpool irgendwie ins Risiko geht. Und das Ganze unterschätzt. Und ja, dann halt komplett in dem Fall, ja, baden geht. Keine Abseits. Nun, yes. Und dann haben wir auch noch das nötige Glück. Es ist wirklich Wahnsinn. Und dann gibt es vielleicht auch hier wieder den direkten Gegenzug. Über Gakpo. Wobei, der ist gefühlt auf sich alleine gestellt. Aber ein langer Ball hebelt eigentlich die komplette Defensive aus. Und dann malen halt mit so einem Pass. Naja, okay. Aber Liverpool wird gefährlicher jetzt. Und jetzt ist es wieder eine Konterschance. Und Gio Reina macht das 5-0. Okay, es wird jetzt dann auch zu deutlich. Aber, naja, nimmt man natürlich trotzdem mit. Aber EA, da müsst ihr definitiv was dran ändern. Jetzt Liverpool. Und dann ist es ein Ping-Pong-Eigentor. Nur so geht's. Luis Dias jubelt hier zwar. Aber normalerweise darf das nicht für ihn zählen. Denn hier schön rausgespiegelt über Trent. Da sind wir ein bisschen zu weit weg. Und dann ist hier eine Riesenlücke. Abgefälscht, abgefälscht. Eigentor. Ja, stellt euch mal vor, es hätte 0-0 gestanden. Ja, Emre Can zählt dann tatsächlich als Eigentor. Und dann kassiert man so eine Bude. Aber ich will mich nicht beschweren. Weil im Endeffekt wissen wir alle, dass es hier ein viel zu hohes Ergebnis ist. Das ist wahrscheinlich Abseits. Ja, ich glaube, es sah dann deutlicher aus, als es im Endeffekt war. Moda Hut jetzt für Lemar. Wir lassen die Zeit runterticken. Dem Henkelpott steht eigentlich kaum noch was im Weg. Die 90. Minute ist jetzt abgelaufen. Die angezeigte Nachspielzeit beträgt drei Minuten. Und natürlich ist es jetzt offiziell. Aber das ist schon länger der Fall. Wer 5-0 in einem Champions-League-Finale hinten liegt, der hat es dann auch einfach nicht verdient. Ja, aber natürlich ist es irgendwo auch noch wirklich was Patchwürdiges. Ja, da muss auf jeden Fall was verändert werden. Weil so kann es nicht weitergehen. Aber gut, vielleicht auch einfach nur das perfekte Spiel, was halt nicht so häufig vorkommt. Der Schießrichter pfeift ab. Und wir sehen uns ja tatsächlich dann auf der Bühne. Die Übergabe des Henkelpots. Und danach gehen wir natürlich noch in eine zweite Saison. Denn ich will nicht wieder nach einem Jahr die Champions League gewinnen. Emre Can ist der Kapitän, hat den Henkelpott vor sich und ist damit der zweite in unserer FIFA 23-Geschichte, der das Ding jetzt in die Luft tragen darf. Ob wir die im nächsten Jahr gewinnen oder nicht, ist völlig egal. Wir wollen lediglich jetzt mal noch gucken, dass wir einen neuen Innenverteidiger holen. Ja, vielleicht auch einen neuen Zehner und eventuell auch noch einen neuen Stürmer. Das weiß ich aber noch nicht. Wir setzen uns natürlich jetzt dann ran und ihr kriegt gleich wieder direkt im Anschluss die Neuzugänge vorgestellt. Es wird lange nicht so eine lange Saison wie jetzt die erste. Es wird, denke ich, ein verhältnismäßig kurzes Ding. Aber trotzdem wollen wir noch rein und dann auch noch das Team, mit denen die Champions League begleiten. Zwei Spieler sind auf der Wunschliste. Diese zwei sollen es dann auch werden. Beide haben den auslaufenden Spielervertrag, sollten daher durchaus finanziell dann auch realisierbar sein. Phil Foden geplant für die Zehn als Ersatz für Gio Reyna. Ich meine, wir brauchen nicht unbedingt einen Ersatz. Wir haben auch mit der Mannschaft die Champions League gewonnen, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Da verbessern wir uns. Stand jetzt nochmal um fünf Ratingpunkte. Und auch Hernandez wäre zwei Ratingpunkte besser als Emre Can. Vielleicht kann man da auch was mit einem Tauschstil regeln. Und tatsächlich kommen wir ziemlich schnell auf einen gemeinsamen Nenner. 42 Millionen und Hummels kehrt auch zum zweiten Mal nach München zurück. Und natürlich will ich die Konkurrenz jetzt nicht mit einem Emre Can auch auf einem gewissen Rating halten, weil Hummels hat eine 81 und er wird zwangsläufig nach unten gehen. Und damit ist es dann auch offiziell Lucas Hernandez Wechsel von der Siebener Straße, also an den Borsigplatz. Ich glaube, so kann man es ganz gut begründen. Der Neuzugang ist französischer Herkunft, glaube ich zumindest. Ja, ich glaube beide mittlerweile Frankreich, wenn mich nicht alles täuscht. Und da Edin Terziv sagt ganz kurz Hallo, aber hey, ich habe noch ein anderes Meeting. Phil Foden wartet. Und auch für den haben wir noch das nötige Kleingeld übrig. Wir gehen einfach auf Recht mit 80 Millionen. Die wollten 66 und Schlotterbeck im Tausch. Ähm, wie auch immer Pep Guardiola auf die Idee kam. 85 und dann ging es nichts. Okay, ich hätte jetzt eigentlich mit einer anderen Antwort gerechnet. Im zweiten Anlauf gehen wir mit 90 Millionen rein und der Pep nervt mich immer noch. Ey, der kassiert gleich vom Terziv eine Bombe. Also da werde ich für sorgen. Und Verhandlungsrunde für Verhandlungsrunde wird es natürlich für City immer eine weitere gemütliche Situation. 95 Millionen, ja es geht doch. Alle guten Dinge sind drei. Und auch hier wurde der Vertrag ziemlich schnell unterschrieben. Da gibt es noch eine kleine Unterschrift für den Fan hier auf dem Ball. Phil Foden ist auch in Dortmund und kompletiert ziemlich fix dann auch schon direkt unsere komplette Transferphase. Zumindest im Sommer, wobei auch im Winter nicht viel mehr passieren wird. Bevor es für euch gleich noch den kompletten Überblick aller Abgänge natürlich auch gibt, geht es hier noch in der Red Bull Arena in den DFL Supercup. Und wir haben natürlich Phil Foden und Lucas Hernandez direkt in der Startelf und haben eine richtig geile Truppe beisammen. Gegen Leipzig gibt es ein 4 zu 0. Völlig souverän und abgeklärt. Marlen, Reiner, Gakpo, Gakpo. RB hat gar keine Chance. Also auch dieser Pott kommt in den Trophäenschrank. Ein paar Tage später müssen wir leider auf Schlotterbeck und Osimien verzichten. Im Stadion Olympic treffen wir auf meine Roma. Die Trikots hier sehen auch wieder geil aus. Sind natürlich nur die Ersatztrikots, weil wie gesagt, es ist halt nur Roma FC und nicht die AS Roma. Aber es ist der UEFA Supercup und auch der geht an uns. Abraham, die Roma also letztes Jahr die Europa League gewonnen. Und dann ist es hier Pulisic und Gakpo. Die binnen 4 Minuten das Spiel war ganz kurz, ja, ziemlich früh in der zweiten Halbzeit drehen und damit den zweiten Supercup bei uns ins Trophäenräumchen mit reinbringen, wenn man es so sagen will. Hier sind alle Abgänge. Ansgar Knauf, 23,7 Millionen zu Leicester City. Collins, Moukoko, auch Abgänge. Genauso Kamara, Dahoud und auch Gürpitz. Wieder mal Binnau Gittens ist dann auch verkauft. Und Hernandez und Phil Foden, wie gesagt, unsere Neuzugänge. Also, es ist wirklich absolut souverän. Wir haben eine richtig geile Mannschaft. Konnten uns nochmal verbessern. Und bis auf Osimien ist wirklich, ah ne, wobei Kobel auch noch nicht, aber sonst jeder mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Gucken ganz kurz drauf, wer in der Champions League auf uns wartet. Das ist Inter Mailand. Dann haben wir Schachtjo, Donetsk und zu guter Letzt Lyon. Es wird nicht leicht, ja, aber das hat keiner gesagt. Und von daher werden wir uns der Herausforderung definitiv stellen. Und auch hier heißt es natürlich mal wieder schauen, wie denn die Champions League Gruppenphase gelaufen ist. Ein Unentschieden zum Auftrag gegen Inter haben wir dann gewonnen gegen Schachtjo und auch gegen Lyon. Beide Spiele hin und rückspielt. Dann auch Inter geschlagen und dann auch nochmal Schachtjo. Also das ist nahezu die perfekte Punktausbeute. Absolut perfekt. Die Jungs hier nehmen auch Weiterentwicklung an. Foden hat eine 90 und ist damit der einzige Alleinstellungsmerkmal, wo eine 9 vor dem Gesamtrating steht. Und jetzt gucken wir noch ganz kurz auf die Tabelle in der Bundesliga auf Platz 1. Im DFB-Pokal sind wir leider raus. Da sind wir, glaube ich, ausgeschieden in Runde 2 direkt. Das Ganze beim VfB Stuttgart ist aber halb so wild, denn den Pokal haben wir letztes Jahr gewonnen. Nur die Meisterschaft fehlt noch und die wollen wir natürlich jetzt holen. Im Achtelfinale treffen wir auf Ajax und dann würde ich sagen, gehen wir direkt wieder in die Live-Simulation. Das Team aus Amsterdam ist dann Gruppenzweiter geworden hinter Real. Und das mit 11 Punkten vor den Spurs. Das ist bemerkenswert. Johann Käufer-Rena, wir müssen nach Amsterdam. Hernandez fehlt rot gesperrt. Irgendeiner ist irgendwie immer verhindert. Wir gewinnen trotzdem 2-1, Pulisic, Brobey, Doniel, Mahlen. Und damit ist es ein gutes Hinspielergebnis. Zu Hause wollen wir es natürlich wieder mal Richtung Viertelfinale schaffen, aber das sollte auch drin sein. Genauso ist es dann auch Mahlen mit einem Doppelpack. Dann doch auch wieder mal ziemlich souverän. Mit Manchester City wartet jetzt ein richtiger Brocken. Ja, Foden trifft auf seinen ehemaligen Klub. Genauso wie Haaland auf der anderen Seite im City of Manchester Stadium im Etihad gibt es ein 1-1. Mahlen Asensio. Also ihr seht mittlerweile auch, gerade anhand der Ergebnisse, wir können wirklich mit der absoluten Elite komplett mithalten. Zu Hause also müsste man aber schon ein Tor-Minimum mehr schießen als die Citizens. Die sind zu Gast im Signal Iduna Park und da verlieren wir leider. Es ist schon auch Cangelo mit der Führung. Dann Foden mit dem 1-1. Schlotterbeck verletzt sich. Dann kommt Can. Dann trifft Haaland. Und Foden auch noch mit Gelb-Rot. Sollte dann einfach nicht sein. Aber trotzdem ist es halb so wild, denn der volle Fokus soll jetzt auf die Liga sein. Denn da wollen wir unbedingt den noch einzig übrigen und offenen Titel, den wir bisher noch nicht gewonnen haben, wollen wir da jetzt holen. Schlotterbeck fehlt, aber gut. Wir haben Emre Can und wir haben nur zwei Punkte Vorsprung auf die Bayern. Wir nehmen das Ganze jetzt im Kalender einfach mal live hier mit. Wir haben noch fünf Spiele. Ja, daheim Union. Da haben wir die letzten Jahre nie wirklich gut ausgesehen. Komm schon. Ja, es ist ein Sieg. Und dann die Entlassung. Ja, moin. Was soll das denn? Wir sind entlassen und können nichts mehr machen. So endet jetzt diese Sprint to Glory mit einer Entlassung. Nachdem wir Erster waren in der Liga, im Viertelfinale in der Champions League, beide Supercups gewonnen. Letztes Jahr Champions League und auch den DFB-Pokal. Und dann wird man so rausgeworfen. Also das ist jetzt dann schon auch mal wieder ein Zeichen für die restlichen STGs. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit wird, wirklich richtig große Sprint to Glories aufzuziehen. Weil das Ganze einfach viel zu anspruchsvoll ist mit diesen Vorstandserwartungen und halt dann auch den schnellen Rauswürfen. Das ist leider ganz, ganz bitter. Aber gut, dann geht es halt so zu Ende. Halb so wild. Ich denke, die Bundesliga hätten wir theoretisch gewinnen können. Gehe ich jetzt zumindest mal davon aus. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Und abonniert gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Schaltet beim nächsten Mal sehr, sehr gerne wieder ein. Haut rein. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.